Ein Halbfinale spielst du einmal im Jahr, wenn du nur ein Wettbewerb hast, wo du es schaffen kannst. Und das ist der DFB-Pokal. Und deshalb ist es schon ein besonderer Abend. Man merkt es ja auch, ich denke, überall wird man darauf angesprochen, das wird euch so gehen. Mensch, morgen Halbfinale, tolles Spiel, das wird in Frankfurt so sein, das wird hier so sein. Das spürt man auch, das ist natürlich der Wunsch und der Traum eines jeden Fans, eines jeden, der sich mit Borussia sympathisiert, dass da der Wunsch groß ist, über die A2 irgendwo Richtung Berlin fahren zu können am 27. Mai, das spürt man. Aber nochmal, dieser Schritt ist noch überhaupt nicht gegangen. Wenn wir morgen Abend hier sitzen würden und ich könnte sagen, ihr könnt losfahren, das wäre das, was wir wollen. In solchen Spielen ist immer alles möglich. Das ist so und davon eine Favoritenrolle zu spielen. Wir wollen den Heimvorteil, den wir haben, den wollen wir natürlich gerne nutzen, um eben dann mit der Stimmung im Rücken, mit den Fans im Rücken, vielleicht dann diesen Moment für uns zu erwischen, wo wir es schaffen können. Aber prinzipiell Halbfinalspiele, das ist auch vom Druck, das ist nicht mit einem Bundesligaspiel zu vergleichen. Das sind Spiele, die werden auch zum Teil im Kopf entschieden. Wie fühlt ihr sich an, dieser DFB-Pokal? Müssen Sie das Ihren Jungs nochmal sagen? Hier, ich habe das Ding schon mal in der Hand gehabt. Nee, am besten, Sie fühlen es selber. Das kann man nicht beschreiben. Das fühlt sich gut an. Ja, ich habe das Ding schon mal in der Hand gehabt.